Was ist die Einführung des Projektmanagements? Zunächst einmal gebe ich Ihnen in diesem Teil eine kurze Einführung in das Fach Projektmanagement und dann folgen wir mit der Organisation von Projekten. Wie können diese im Unternehmen aufgehangen sein? Und der dritte Teil betrifft dann die einzelnen Projektphasen. Der orientiert sich an dem Lebenszyklus eines Projektes und wird dann die einzelnen Phasen von Entwicklungsplanung, Durchführung bis zur Abschlussphase, beleuchten. Der letzte Teil widmet sich dem wichtigen Gebiet der Kommunikation. Ein Softskill im Rahmen des Projektmanagements, welcher aber immer weiter an Bedeutung zunimmt. Zur Einführungsphase. Warum brauche ich überhaupt Projektmanagement? Warum ist Projektmanagement wichtig für mich auch als Angestellter in einem Unternehmen, der ein Projekt übertragen bekommt oder der in einem Projekt mitwirken soll? Das hat vier wesentliche Gründe. Zum einen können Sie sich damit von anderen Kolleginnen und Kollegen differenzieren, indem Sie ein Projekt idealerweise noch als Projektleiter übernehmen. Projekte sind erstmal dadurch gekennzeichnet, dass sie einen einmaligen Vorgang darstellen. Das heißt, Sie erledigen Aufgaben, die für das Unternehmen eine herausragende, einmalige Bedeutung haben und unterscheiden sich somit karrieretechnisch auch von Ihren Angestellten, Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der für Ihr Selbstmarketing von Bedeutung ist. Dann, durch die Einmaligkeit ist natürlich auch charakterisiert, dass Sie neue Herausforderungen haben im Rahmen eines Projektes. Sie müssen vielleicht interdisziplinär, international Menschen unterschiedlicher Kulturen führen und zusammenbringen und auf ein Ziel hin ausrichten und motivieren. Und das sind praktisch auch neue Herausforderungen, die auch eine gewisse Art von Abwechslung darstellen für Sie. Ein ganz wesentlicher Aspekt karrieretechnisch gesehen ist die Erweiterung Ihres Netzwerkes. Ein Projekt setzt sich aus verschiedenen Stakeholdern, verschiedenen Bezugsgruppen zusammen. Eine Bezugsgruppe, ein Organ im Projektmanagement ist zum Beispiel der sogenannte Lenkungsausschuss. Und in diesem Lenkungsausschuss, in diesem Steering Committee, wird das auch genannt, sitzen Topmanager unterschiedlicher Bereiche und Abteilungen, die für die Implementierung der Projekte in den jeweiligen Abteilungen verantwortlich zeichnen. Und zu diesen Seniorenmanagern der unterschiedlichen Bereiche haben Sie im Rahmen des Projektmanagements also auch regelmäßig Kontakt, indem Sie über den Fortschritt Ihres Projektes berichten. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, den Sie haben, weil sonst haben Sie in der Regel in Ihrem Funktionsbereich, ob Sie nur im Marketing oder im Finanzwesen arbeiten, haben Sie wenig Überschneidungspunkte, wenig Kontakte in die Topmanagementpositionen der einzelnen anderen Funktionsbereiche. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ein letzter Aspekt, der auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass Sie dadurch nicht nur Ihr Methodenprofil schärfen, Ihre Methodenkompetenz ausbauen, sondern vor allen Dingen auch Ihre Softskills in Richtung Führungsfähigkeit. Wenn Sie jetzt ein Projekt leiten, als Projektleiter, dann weisen Sie damit auch eine Führungsfähigkeit und Führungskompetenz nach, weil es ist ja schwierig, Menschen unterschiedlicher Abteilungen, unterschiedlicher Kulturen auf ein Ziel hin auszurichten, zu motivieren, einzuschwören, zumal Sie in der Regel als Projektleiter nicht der disziplinarische Vorgesetzte der Projektmitglieder sind. Projektmanagement ist insgesamt alles, was Führungsaufgaben, Organisationen, Techniken und Mittel für die Abwicklung eines Projektes betrifft und durch folgende Herausforderungen gekennzeichnet. Zum einen haben wir eine immer schnellere Umsetzung von Innovationen, die erforderlich ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Warum ist das so? Das liegt einfach in der Tatsache begründet, dass Produkte, wenn sie in einen Markt eingeführt werden und eine Innovation darstellen und diese Produkte erfolgreich sind, diese Produkte in immer schnelleren Zeitabständen kopiert werden und kopiert werden können und vielleicht auch noch verbessert werden und zu geringeren Kosten auf den Markt gebracht werden. Das heißt, eine Innovation und ein Vorteil, den ich als Unternehmen daraus habe, ist immer kürzeren Zeitabständen unterworfen. Das erhöht den Druck und die Kosten auf die Umsetzung von Innovationen, seien es nun neue Produkte, Services oder auch Prozesse. Dies ist auch dadurch getrieben, das ist der zweite Punkt, dass wir einen globalen Wettbewerb haben, Stichwort Globalisierung. Das heißt, ich habe auf der einen Seite als Unternehmen neue Absatzmärkte, neue Chancen, aber auch neue Wettbewerber, die zum Teil, wenn wir die asiatischen Länder anschauen, mit sehr aggressiven Preisstellungen versuchen, in Märkte einzudringen, sodass, wie gesagt, eine adäquate, schnelle, zugehe Umsetzung von Innovationen immer wichtiger wird. Ein anderer wichtiger Faktor ist die ausgeprägte Kundenorientierung und das Anspruchsdenken der Kunden, welches im Laufe der letzten Jahre kontinuierlich angewachsen ist und in einem wachsenden Anspruchsniveau mündet. Insgesamt bedingt das, dass wir in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit leben, wo es gilt, dass sich ein Unternehmen kontinuierlich den neuen Umweltherausforderungen anpasst. Flexibilität ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor im Rahmen dieser neuen Herausforderung. Um diese Aspekte berücksichtigen zu können, muss die Planung und das Projektmanagement auf allen Ebenen eines Unternehmens ansetzen. Das heißt, Projekte sind nicht nur einmalige Ereignisse, das ist richtig, aber sie bedingen auch, dass Veränderungen im Unternehmen Einzug halten. Wenn ich jetzt einen neuen Prozess, beispielsweise ein neues Personalbeurteilungssystem, einführe in einem Unternehmen, dann bedeutet das, dass sich daraus Veränderungen ergeben für die jeweiligen betroffenen Abteilungen, Mitarbeiter, Angestellte. Das heißt, Projektmanagement bedeutet auch immer das Management von Veränderungen. Das werden wir noch sehen. Also ein Projektleiter ist immer auch, wie ich sage, ein Manager von Veränderungen, ein sogenannter Change Agent. Die Ursachen für Probleme, die wir heutzutage in den Unternehmen haben, im Rahmen des Projektmanagements, sind vielseitiger Natur. Zum einen hatten wir gesagt, dass der Innovationsdruck bedingt, dass Projekte immer komplexer werden und dadurch müssen Projekte in immer kürzerer Zeitabständen fertiggestellt werden. Dann haben wir als weiteren wesentlichen Ursachefaktor hinsichtlich Problemkonstellation die mangelnde Berücksichtigung der sogenannten Weichenerfolgsfaktoren. Das heißt, Projekte werden heutzutage häufig sehr technokratisch aufgesetzt. Methodenkompetenz, fachliche Kompetenz ist hier entscheidend. Weniger die überfachliche Qualifikation, die sogenannten Soft Skills. Dann hat man häufig eine unklare Definition von Zielen, sodass also eine Disparität besteht zwischen dem, was der Auftraggeber eines Projektes, also der sogenannte Projektsponsor, von Ihnen erwartet und was Sie glauben, was von Ihnen erwartet wird. Also wenn das unklar spezifiziert ist, dann gibt es am Ende eines Projektes unter Umständen Probleme, dies zu klären. Wenn beispielsweise gesagt wird, eine erfolgreiche Einführung eines Produktes in den indischen Markt, dann ist zu fragen, was genau jetzt eine erfolgreiche Einführung beinhaltet in Form von Umsatz- oder Gewinnkennzahlen. In der Praxis haben wir auch häufig, wenn das nicht klar spezifiziert ist, uns saubere Projektverantwortlichkeiten. Das heißt, ich brauche auf einer gewissen Aktionsebene immer eine genaue Verantwortlichkeit, wer für spezifische Aktivitäten zuständig ist. Andernfalls macht es letztendlich keiner und ich habe gegenseitige Schuldzuweisungen und nur Probleme im Rahmen des Projektmanagements. Ein letzter wichtiger Punkt ist eine ungenügende Personalqualifikation, vor allen Dingen auch in Bezug auf die weichen Erfolgsfaktoren. Also, dass wenig darauf geachtet wird, dass Projektleiter auch Softskill, Motivation und kommunikative Fähigkeiten haben, Rhetorik. Das heißt, es wird viel zu viel darauf geachtet, dass lediglich die fachliche Qualifikation angemessen ist. Wie hat sich das Projektmanagement entwickelt im Laufe der Zeit? Die Anfänge waren rein technokratisch, militärisch geprägt, wie bei vielen strategischen Entwicklungen. Sie gehen zurück auf die Nase in den Vereinigten Staaten von Amerika, sodass auch die ersten Projekte, auch bis zum heutigen Tag kann man das sehen in den Unternehmen, ich hatte das eingangs schon betont, sehr technokratisch ausgerichtet sind. Das heißt, es wird Wert gelegt auf die Instrumente, dass ich die Werkzeuge des Projektmanagements beherrsche, einen Projektstrukturplan aufstellen kann, einen Meilensteinplan und weiß, wie ich einen kritischen Pfad errechne. Aber es wird häufig vernachlässigt, und das ist der letzte Spiegelstrich, diese weichen Erfolgsfaktoren, diese Softskills, diese überfachlichen Qualifikationen, die aber in der Praxis die wahren Erfolgsfaktoren bilden. Das war der erste Teil unserer Reihe E-Lecture Projektmanagement. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Feedback per Mail zukommen lassen würden, und wir freuen uns auch, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Alles Gute!